Grüß Gott und herzlich willkommen zu Spirit Leben mit Stil. Wir kennen aus dem Schöpfungsbericht die Aussage, als Mann und Frau erschuf er ihn, den Menschen, erschuf er sie als Mann und Frau. Heute gibt es Menschen, die sagen, was ist eigentlich mit den Männern los, was ist mit den Jungen los? Haben wir inzwischen den abgehalfterten Mann, den zerstörten Mann, den benachteiligten Mann in dieser Gesellschaft? Ist es mit der Emanzipation übertrieben worden? Wie sieht es aus mit der Zukunft des Mannes und warum brauchen wir vielleicht noch Männer in der Zukunft? Darüber wollen wir sprechen mit einer Frau, Bestsellerautorin. Sie ist Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin und sie heißt Christa Mewes. Sie kennen sie. Herzlich willkommen, liebe Frau Mewes, zu diesem Gespräch bei Spirit Leben mit Stil. Ist es so, dass der Mann heutzutage der Benachteiligte ist? In der Tat, das ist eine notwendige Erkenntnis, die sich immer mehr abzeichnet und zwar in vielerlei Hinsicht. Als erstes einmal, wir machen die erschreckende und erstaunte Feststellung, dass die jungen Männer in viel geringerer Zahl bereit sind, noch eine Ehe einzugehen. Die Singles unter den jungen Männern bleiben gewissermaßen erhalten, nicht etwa nur ein Status des jungen Mannes noch in der Ausbildung. Nein, hier entsteht in der Tat ein zusätzlicher Notstand im Hinblick auf unsere ohnehin schon vorhandene demokratische Krise. Die Männer sind eingeschüchtert, haben Angst vor Verantwortung. Was ist der Grund? Wie kommt es dazu? Früher hat man ja gesagt, die Mädchen, die Frauen sind benachteiligt. Und dann hat man sehr viel dafür getan. Gleichstellungsbeauftragte, überall gab es Menschen, die sich zu Wort gemeldet haben, wir müssen etwas für die Mädchen tun. Heute sagen uns auch Pädagogen aus der Schule, die Benachteiligten sind, die Jungen. Wie kommt es denn dazu? Es sind sehr komplexe Gründe, wenn man dann hineinlauscht in unsere Situation, was mir ja durch meine Praxis immer noch wieder sehr möglich ist. In der Tat ist es so, dass viele der jungen Männer, ja man kann ganz direkt sagen, ein Stück Angst vor den Frauen haben. Und wenn ihnen dann diese Mädchen, die sie kennengelernt haben, zu rasant auftreten, zu genau wissen, was sie wollen, forsch vorangehen. Zu dominant sind. Genau. Dann entsteht eine Scheu, ein Zurückweichen, auch ein Unbehagen, dass diese jungen Männer häufig nicht direkt im Bewusstsein haben, nicht artikulieren können, aber eine innere Abneigung gegen eine enge Verbindung mit einer Frau. Also wir brauchen jetzt die Emanzipation des Mannes, wenn ich das so richtig verstehe. Ja, wir brauchen eine Änderung in Bezug auf die gesamte Entwicklung des Kindes, des männlichen Kindes bis zum Mann. Wo fängt es denn an, wenn Sie sagen, die gesamte Entwicklung, fängt das schon in der ersten Phase des Lebens an, dass die jungen falsch sozusagen auf die Spur gesetzt werden? Ganz am Anfang nicht. Wir haben da eine interessante Untersuchung, dass die jungen Paare gefragt worden sind, wenn sie jetzt schon vorher, vor der Zeugung, das Geschlecht des Kindes bestimmen könnten und die Forscher sind auf dem Weg, das wirklich zu können. Dann will eine Mehrheit als erstes ein Sohn. Ja, hier ist also durchaus der Patriarchismus, also den Stammhalter, noch durchaus wirksam. Aber in Bezug auf die Entwicklung des kleinen Jungen ändert sich diese Präferenz bei der Erziehung bald. Die Mädchen sind im Allgemeinen schon als kleine Mädchen ja leichter dazu zu bewegen, hinzuhören, schneller zu gehorchen, nicht so viel Trotz zu entwickeln, nicht so unruhig zu sein, leichter zu bewegen, sitzende Tätigkeiten einzunehmen, sich feinmotorisch zu betätigen. Im Kindergarten wird das dann besonders deutlich. Sodass also eigentlich schon im Kleinkindalter diese angestammte Präferenz für das männliche Geschlecht verloren geht. Wird denn zu sehr bei den Jungs dann einfach gesagt, so wie wir die Mädchen erziehen und so wie die Mädchen prägend sind, so müssen Jungs auch sein? Ja, eigentlich, genau. Hier entsteht auch eine Vorliebe auch der Erzieherin im Kindergarten und in der Kita für die Mädchen, mit denen man ruhiger und dann eben auch ein Stück konstruktiver, einfacher konstruktiv zurechtkommt. Und dann gehört ja natürlich auch noch dazu, dass diese Garde der Pädagogen fast alle selbst Frauen sind. Es gibt kaum einmal in der Vorschulerziehung einen männlichen Erzieher. Auch in der Grundschule kaum. Ja, in der Grundschule dann erst recht. Nicht? Oder jedenfalls genauso. Es ist ein Frauenberuf geblieben und es sind sehr viel weniger männliche Lehrer dabei, was für die Jungen dringend notwendig wäre. Denn sie haben auch zu Hause häufig weniger den Vater als Vorbild, den sie auch brauchen, den sie brauchen, um wirklich einen Hinweis zu haben, wohin sie sich erziehen sollen. Also wir haben da sogar ein Zeitfenster für diese Vorbildfunktion des männlichen Kindes durch den Vater. Was heißt das? Hinauf, ich will so werden wie der Vater. Sie sagen Zeitfenster, welches Zeitfenster ist das? Das ist vor allen Dingen von ab der Fünfjährigkeit bis in die Grundschulzeit hinein. Da ist der Vater wichtig? Da ist der Vater von grundlegender Bedeutung. Wenn da nur Frauen sind, wenn zu Hause alleinerziehende Mutter vorhanden ist, der Vater durch Scheidung hinfortgeschritten ist, oder wie in der Nachkriegszeit die Konstellation Mutter und Großmutter und das männliche Kind vorhanden war, fehlt eine sehr prägende Funktion, um dem Kind die Eigenart des Männlichen vorzuprägen. Ist das auch eine Frage, dass dann die Identität nicht wirklich ausgebildet wird, wenn diese Prägefunktion, wie Sie es formulieren, fehlt? Genau. Die Identität steht dann in diesem Zeitfenster nicht sicher fest. Und wenn sie nicht sicher feststellt, hat er ist dann nachher, zur Zeit der Geschlechtsreife, in der Pubertät und der Adoleszenz, noch einmal wieder doppelt schwer, wirklich Ja zu sagen zu einem spezifisch Männlichen, das anders ist als das Weibliche. Also auch Ja zu sagen zu sich selbst eigentlich dann? Ja, natürlich. Zu dem, wozu er eben eigentlich durch den, der dann in der Pubertät ja noch doppelt eintretende Hormonschub des männlichen Geschlechtshormons Testosteron, nun noch einmal besonders angeschoben wird von innen her. Und der dann ganz viel durcheinander bringt erstmal. Ja genau. Die Orientierung dann? Ja genau. Ihn auch in vielerlei Fragen bringt, die ja heute durch diese unsere, ja auch durch die Gensermain-Streaming-Ideologie dann noch mal wieder von außen eine Unsicherheit erfährt, die nicht positiv ist für den kleinen Jungen. Er ist eigentlich seelisch ein Zarter. Er wird als der Starke gesehen, er wird schon im Kindergarten häufig als der Unruhigere gesehen, auch im häuslichen Bereich. Er wird als kleiner Junge ganz offensichtlich erheblich viel mehr geschlagen als die Mädchen. Von wem? Von den Erziehern, wer auch da herum sei, dem die Unruhe unter Trotz. Heute noch? Auch heute noch, ja. Nicht etwa, dass die Menschen es wollen, aber sie sind selbst dekompensiert, sie kommen mit diesem unruhigen Kind nicht zurecht und dann schlagen sie drauf los. Aber wir sind natürlich dagegen. Gewalt erzeugt Gewalt. Und das ist auch noch eine zusätzliche Schwierigkeit des männlichen Kindes heute. Der verdrängt dann seine Not. Er wird durch das Schlagen enorm verunsichert. Er erfährt eine Einbuße seines Selbstwertgefühls. Das bringt er aber im Gegensatz zu den Mädchen dann nicht heraus. Mädchen artikulieren das sehr schnell vom Grundschulalter ab und fragen nach, holen sich irgendwo Rat, holen sich Trost oder wie. Das tut der Junge nicht. Und beim Jungen staut sich das an. Ja, sie verdrängen. Sie verdrängen und es staut sich dann an. Nicht? Und die Gefahr, dass es dann sehr viel leichter im Erwachsenenalter zu Dekompensationen der gestrauten Wut kommt, ja, die ist sehr groß. Wir haben ja unter den Mördern die schreckliche Zahl von 99 zu 1 zugunsten des männlichen Geschlechts. Das liegt nicht daran, dass der Mann von Anfang an ein Gewalttäter ist, sondern dass durch unzureichende Erziehung hier ein Gewaltpotenzial aufgestaut wird, das dann eben explodiert. Also, was Sie sagen ist, der Mann, der Junge ist unterdrückt von Anfang an heutzutage. Ja, genau. Geradezu seriell in der Gesellschaft unterdrückt. Genau. Und zwar in einer Weise, die seiner Wesensart nicht entspricht. Das ist besonders in der Grundschulzeit dann zu merken. Der Junge ist ja kein geschlechtsloses Wesen. Pränatal ist bereits ein starker Schub an Testosteron, an männlichem Geschlechtshormon eingegeben worden, um das XY-Chromosom zu konstituieren. Im zweiten Drittel der Schwangerschaft. Im zweiten Drittel der Schwangerschaft. Genau. Nicht? Und er ist also durchaus kein geschlechtsloses Wesen, sondern dieses Testosteron nötigt ihn zum Beispiel dazu, seine Gruppmotorik zu entfalten. Er möchte Muskeln haben, er weiß nicht warum. Nicht? Er muss auf die Bäume, er muss über die Zäune. Nicht? Er braucht den intensiven Sport. Er braucht den Fußball. Er braucht einen Tennisschläger. Er braucht diese Motorik. Wozu? Werden wir natürlich sofort fragen. Und wir können auch sagen, wozu? Nicht? Wenn wir in einer Familie nachts ein Geräusch holen und wir sind in einer Familie, dann rufen wir Frauen und sagen, Max, steh auf. Und das ist richtig. Max will auch aufstehen. Max ist dafür disponiert aufzustehen. Er hat die bessere Muskulatur. Er hat die größt stärkere Stimme. Er hat unter Umständen sogar einen schönen Bart. Nicht? Alles Requisiten, die ihm dazu ermöglichen, die Verteidigung der Familie. Hier ist also ein Sein sollendes vorhanden, das in unserer Gesellschaft keinerlei, ja auch nur Verständnis von irgendjemandem zur Folge hat. Und das zeigt sich schon in der Grundschulzeit, dass das Kind, das männliche Kind ist sehr viel schwerer hat. Jetzt ruhig zu sitzen, ja? Er möchte auf die Zäune. Er möchte da nicht fünf Stunden sitzen. Er möchte nicht, wenn er nach Hause kommt, wieder noch weiter Schularbeiten machen müssen. Aber Frau Mewes, dann ist es ja doch grober Unsinn, dass man die Ko-Edukation überall sozusagen flächendeckend eingeführt hat, dass in den Gymnasien, in den weiterführenden Schulen es gar keine reinen jungen Klassen, bis auf wenige Ausnahmen und Mädchenklassen mehr gibt, sondern dass da immer gleich erzogen wird. Und damit dann eben auch die Jungs wieder durchs Netz fallen oder hinten rüber fallen und benachteiligt sind. Ja, es führt eben auch dazu, dass die Mädchen in unserem Schulsystem schon ganz und gar den Jungen dann das Wasser abgraben. Denn es sind zweierlei Faktoren dabei, außer diesem, den ich eben schon genannt habe. Sie haben keineswegs ein so starkes Mitteilungsbedürfnis wie die Mädchen. Hirnmäßig ist das im statistischen Mittel geringer. Also die Wernicke-Region im Hirn ist bei den Mädchen größer. Die Sprachregion. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie im mündlichen Unterricht viel leichter die Möglichkeit haben, sich zu beteiligen und damit als gute Schülerinnen zu wirken. Die Möglichkeit, sehr hellhörig aufzupassen, was der Lehrer nun eigentlich von ihnen will und erwartet in der nächsten Klassenarbeit, ist bei den Mädchen wesentlich mehr angelegt in ihrer Feinheit in Bezug auf das Hinhören. Das benachteiligt den Jungen über die Gegebenheit hinaus, dass ein Entwicklungstempo auch ein wenig hinter dem der Mädchen hinterherhinkt. Er hat mehr Zeit offensichtlich zu einer Entwicklung bis ins hohe Alter hinein. Fühlen sich dann Jungs auf diese Weise nicht irgendwie auch grundsätzlich gemobbt in dieser Gesellschaft oder in diesen Systemen? Ist das vielleicht auch eine Erklärung dafür, dass wir, wenn wir von so schrecklichen Amokläufern hören, die ja in der Regel Mädchen dann auch töten, steht das im Zusammenhang? Ja, das würde ich ohne weiteres bestätigen und kann ich auch von der Praxis her bestätigen. Die Jungen, die zu mir in die Praxis geschleppt werden, die 12-, 14-, 15-Jährigen, sind häufig schon verzweifelte Jungen, die jetzt die Erfahrung machen, dass die Mädchen in der Klasse, häufig auch schon in der Mehrzahl, den Jungen das Wasser abgraben, dass sie die besseren Zensuren haben. Das heißt, die Minderwertigkeitskomplexe. Genau, sie werden verstärkt, die Minderwertigkeitskomplexe, die meistens eben auch schon aus der Kleinkindkeit aufgebaut worden sind. Sie verstärken sich häufig bis zur Verzweiflung, bis zum Ausbrechen schon direkte Depressionen. Das heißt, zu einer Erschlaffung, die sie dann vollständig schulunfähig machen. Sie haben glaube ich, viereinhalb Jahrzehnte sind Sie in Ihrer Praxis tätig. Ja, richtig. Können Sie beobachten oder haben Sie beobachten können, dass dieses Phänomen stärker geworden ist in den vergangenen Jahren? Die Frage der Depression bei Jungs, des Minderwertigkeitsgefühls, des Minderwertigkeitskomplexes, des Gemobbtwerden, ist das in den vergangenen Jahrzehnten mehr geworden? Ja, viel mehr geworden. Und zwar eben auch durch die Veränderung der Pädagogik in unseren Schulen. In der alten Schule ging es vor allen Dingen darum, wie viele Klassenarbeiten der Mensch in welcher Weise bestanden hatte. Danach zählten die Lehrer hinterher zusammen und daraus resultierte die Zensur. Und das ist heute eben nicht mehr der Fall. Der mündliche Unterricht gilt viel mehr in die Beteiligung, die Bereitschaft zur kreativen Mitarbeit, des Doing per Learning oder Learning per Doing. Wir haben eine völlig andere Pädagogik bekommen, die aber auch die Präferenz der Mädchen betont und die Dominanz der Mädchen betont. Und ich stimme Ihnen voll zu, wenn Sie sagen, ist hier nicht sogar eine Beziehung zu diesen Verzweiflungstaten. Nicht unsere Amokläufer, die drei, vier Schrecklichen, die wir hinter uns haben, haben ganz offensichtlich gezeigt, dass dieser Junge keinen Ausweg mehr sah. Und zwar vor allen Dingen, manchmal hat er dann auch schon noch jahrelang irgendwelche Killerspiele gesehen, aber vor allen Dingen auch schulisch keine Aussicht mehr sah. Sonst wäre er nicht in die Schule gegangen, um dort seine Verzweiflung nun auch noch in einer Massentötung zum Ausdruck zu bringen. Das ist nicht einmal in den Diskussionen danach, in den Medien zum Ausdruck gekommen, das Eigentliche. Der Junge, der Themen in Winningen hat acht Schülerinnen gezielt durch Kopfschüsse umgebracht, so gut konnte er schießen. Und drei Lehrerinnen, insgesamt elf Frauen. Und danach, kurz danach, war ein Junge, der seine gesamte Familie umbrachte. Er brachte seine älteren Schwestern, beide als Studentinnen, heimgekommen war in den Osterferien, aus der Universität, die glänzende Abiturs gemacht hatten, während er eben nur mühsam durch die Schule sich robbte. Warum ist das denn kein Thema in den Medien? Ist das politisch nicht korrekt? Ist das nicht gewollt? Nein, es ist politisch nicht korrekt. Darf man das nicht wissen? Soll man das nicht wissen? Nein, man darf es nicht, man darf es nicht wissen, weil der Feminismus in unserem Land so dominant geworden ist. Die Frauen sind die Bevorzugten. Natürlich sind sie manchmal in Bezug im Arbeitsprozess noch, was sicher im Allgemeinen auch gar nicht mehr stimmt. Irgendwo manchmal noch die Benachteiligten. Aber sie sind in der Einstellung der Menschen oder der Gesellschaft zur Frau in einer Weise in den Vordergrund gesteht, die durchaus eine destruktive Note hat. Eine für uns alle gefährliche Note. Auch für uns Frauen. Nicht nur für die Männer selbst. Das heißt aber, es wird höchste Zeit, dass man sozusagen dieses Ungleichgewicht, was wir haben. Früher musste man die Frauen fördern. Das war notwendig, weil sie sich wahrscheinlich auch unterdrückt fühlten und auch unterdrückt waren in vielen Bereichen. Jetzt hat man es übertrieben, so höre ich sie jetzt. Und jetzt muss man dafür sorgen, dass man endlich wieder was für die Jungs tut. Aber gewiss doch. Vor allen Dingen eine angemessene Schulform. Sie ist nicht angemessen. Es ist deswegen nicht angemessen, weil nun zum Beispiel in der Konkurrenz zu den Mädchen, wie gesagt, die in der Quantität meistens jetzt auch schon dominieren. Also wir haben 2009 mehr Mädchenabitur gemacht als Jungen. Die brechen noch mehr ab, die Jungs. Ja, in der Sonderschule sitzen sogar zu 75 Prozent Jungen in der Sonderschule. Und erheblich auch haben sie Vorrang in der Hauptschule. Sie brechen also ab. Sie machen Ehrenrunden. Also das heißt, sie müssen die Klasse wiederholen. Sie sind älter, wenn sie überhaupt die Schule verlassen. Sie haben die schlechteren Abiturs, also im statistischen Mittel. Sie haben also sehr viel geringere Chancen auch, den Numerus Clausus, den es ja auch in verschiedenen Fächern auf den Universitäten noch gibt, zu brechen. Sie müssen länger warten. Und dann entsteht die zusätzliche, wenig konstruktive Situation, dass sich dann die jungen Paare zusammenfinden und erst einmal zusammenziehen. Und dann ergibt sich auch hier ein unausgewichtendes Verhältnis in vielen Fällen. Das Mädchen ist fertig. Das Mädchen verdient schon Geld. Verdientes Geld. Ernähert die Familie. Ist auch voll erst mal bereit, einen hohen Einsatz zu bringen. Auch noch zu Hause wieder die Tassen abzuwaschen. Er hat jetzt ein Klassenziel erreicht, das in früheren Jahrzehnten und Jahrhunderten nur mühsam zu erreichen war, indem man erst zum Schwiegervater zu gehen hatte mit dem Hut in der Hand und nachweisen musste, dass man diese Frau ernähren konnte. Vorher konnte man da nicht erscheinen. Und das war eine erhebliche Motivation, diese Ausbildung zustande zu bekommen, um das Mädchen erreichen zu können. Dieses Mädchen fällt ihm jetzt zu. Es entsteht dadurch eine Minderung der Motivation, diese mühsamen, mit Quantitäten überlasteten Ausbildungsgänge wirklich durchzubringen und da zu Hause zu sitzen und wirklich zu lernen, statt lieber dann doch irgendwo am PC fröhlich herumzufummeln, was ihm ja so sehr entgegenkommt. Dadurch entsteht ein weiteres Ungleichgewicht, das ganz häufig dann zu viel Missbehagen führt, zu vielen Vorwürfen der jungen Frauen. Ich bin hier, ich mache alles. Du bist ein Trottel, du bleibst ein Trottel. Ein Trottel zu sein, ein Schlappschwanz. Das hält kein Mann lange aus. Eine Weile duckt er sich, der moderne Mann. Eine Weile, nicht, gibt er zu. Dann geht er im besten Fall oder vorher schlägt er sehr häufig. Das heißt, was Sie beschreiben, die Benachteiligung, Beteiligung des Mannes, die Unterdrückung des Mannes, ist auch ein Grund dafür, dass wir so viele Ehescheitern sehen? Ja, gewiss doch, wenn sie überhaupt noch heiraten. Aber das Allerschlimmste ist, dass hier diese Minderung an Eheschließung, die ja von Jahr zu Jahr zunimmt, daran liegt, dass hier vor allen Dingen bei den jungen Männern nicht nur Angst vor der Frau ist beim ersten Kennenlernen, sondern auch negative Erfahrungen in der Gemeinschaft mit dieser Frau, sodass daraus ein enttäuschtes Single-Dasein führt, das häufig gleichzeitig noch Loser-Schicksal und Hartz IV bedeutet. Also wir brauchen Männer und Jungenbeauftragte überall in Deutschland. Dringend. Dringend. Wir brauchen in der Tat natürlich erst einmal eine Erkenntnis dieses durchaus destruktiven Vorganges. Wir brauchen dann ein Bewusstsein darüber, dass der Mann und sein Y-Chromosom nicht eine überflüssige Entachtung ist, die wir Feministinnen uns gar nicht mehr zu leisten brauchen. Man könnte den Mann ja auch abschaffen. Man kann das ja heute mit Samenbänken alles machen. Ja, eben. Das ist ja auch schon im vollen Gange. Zum Beispiel im Lesbiatum wird das ja auch schon vollzogen. Man sucht sich aus der Samenbank aus, was man nun gerade wünscht, blauäugig, blond verwegen oder wie auch immer. Und spritzt sich das gegenseitig ein. Das ist ja auch alles schon im vollen Gange. Wir Entwicklungspsychologen haben da die heftigsten Bedenken, dass dieses nicht eine Grenzüberschreitung ist. Eine erhebliche Grenzüberschreitung, die den Kindern dann schadet, wenn sie nicht von Mann und Frau erzogen werden. Denn dieses ist es ja überhaupt. Davon bin ich sicher nicht überzeugt, nur weil ich eine alte Ehefrau bin, die 57 Jahre glücklich verheiratet war. Ich bin davon überzeugt, dass Männer und Frauen geschaffen sind, damit sie einander ergänzen. Denn nur durch diese Ergänzung, die Verständnis für das Anderssein des Anderen hat, kann dann zu einer sich wandelnden, konstruktiven Entwicklung führen, in der Männer von den Frauen lernen, in Bezug auf die Eigenschaften, die bei ihnen hirnmäßig geringer angelegt sind. Und die Frauen von den Herren das lernen, was bei ihnen geringer angelegt ist. Das heißt also, dass durch diese liebende Ergänzung aneinander nun wirklich der Mensch sich entfaltet. Der kultivierte Mensch, der den Anderen versteht und bereit ist und dann auch hirnmäßig offensichtlich fähig ist, sich ein Stück zu einer größeren Weite der Charaktereigenschaften zu entfalten. Also könnte man sagen, die Bibel hat doch recht. Als Mann und Frau erschuf er sie oder ihn, den Menschen. Und beide bilden den Menschen. Wir brauchen beide Elemente. Wir brauchen die Ergänzung von Mann und Frau. Und im Staate Deutschland läuft das schief, wenn wir das nicht erkennen. Ganz gewiss. Vielen Dank, Christa Mewes. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, vieles zum Nachdenken über Mann und Frau, über Jungen und Mädchen, über den unterdrückten Mann, den unterdrückten und abgehalfterten Mann in Deutschland. Und wenn Sie Söhne haben, haben Sie sehr viel zum Nachdenken jetzt. Wenn Sie Töchter haben auch. Wir bedanken uns fürs Zuschauen. Das war Spirit Leben mit Stil. Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit.